Regierung schlägt sich, Regierung verträgt sich. Mit Verlaub gesagt, das was ihr hier abliefert, ist doch eine völlig unglaubwürdige Nummer. Jeder Zuschauer weiß, ihr hasst euch wie die Pest. Und hier etwas zu erzählen von großem Frieden und großem Erfolg, ist einfach nur noch albern. Früher haben die Kanzler gerufen, ich will da rein, sie rufen mittlerweile, ich will da raus. Mit Verlaub gesagt, das ist doch nicht ernst zu nehmen, das ist Kulisse. Wenn diese Reformpolitik so erfolgreich war für die Menschen in Deutschland, dann stellt sich doch die Frage, warum wollen sie sie dann gerade jetzt in diesen Wochen und Monaten wieder abwickeln? Das ist doch das Ergebnis ihrer bisherigen Parteitage und ihrer Beschlussfassungen hier im Deutschen Bundestag. Eine Million weniger Arbeitslose seit Amtsantritt dieser Regierung, weniger ältere Arbeitslose, weniger Langzeitarbeitslose, mehr junge Menschen, die eine Chance haben. Und der Beschäftigungsaufbau, das sagen auch die Unternehmen, geht 2008 weiter. Weniger Menschen müssen Angst um ihren Job haben. Und das heißt, es passiert etwas, was wir brauchen in diesem Land. Etwas, was man nicht in Euro und Cent messen kann. Der Aufschwung kommt bei den Menschen an und bei immer mehr Menschen. Und das ist eine gute Botschaft für Deutschland. Die Jahre mit dir sind so lange her. Wie aus einem anderen Leben. Längst hat die Zeit so viel geschluckt. Kann es sein, dass du manchmal zu mir sprichst? Alle Nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Kann es sein, dass ich immer mehr vergesst? Wie es war, als du noch hier warst. Wie es war, als du noch hier warst. Wie es war, wie es war, war. Wie es war, als du noch hier war und libro. Wie es war, wie es war. light- compris Yarford, Was war, wie es war. CDU- 就, slog razie ich Eswar, Was war, war, wie es war. Robert Latina ist, blünch.